Seneca's 22 hatte einen Unfall. Das ist katastrophal. Nicht das beste Rennen für Seneca. Raven West dominiert mir einmal den Wettbewerb. Wir sprechen live mit Marcus Eddow, Teamchef von Seneca. Diese Saison gab es viele überraschende Wendungen und die letzte besonders dramatische war eine positive für euch. Teugt sich mal vom Titel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist, zu träumen. Diese Saison ordnet den Schlaf. Wir haben definitiv eine Chance und Ryan McCann weiß das. Aber je schwerer sie es uns machen, desto mehr strengen wir uns an. Lara und Nathan scheint diese Bedrohung auf jeden Fall ernst zu nehmen. Viel Glück bei der Schachtler draußen. Okay, 22. Halte dich bei Raven West nicht zurück. Sie werden unfair sein. Sei du clever. Halte dich zurück. Du hast den Mann zur Weißflut getrieben. Halte dich zurück. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Musik Musik Nur noch ein paar Rennen bis zum Finale. Es wird spannend, aber wir können es schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017